Was ist wichtig, dass ihr bei der anderen Arme den Start nicht hängt, nicht einfach nur wieder rumrautet, sondern auch die Bewegung mitführt. Dass ihr vorne und hinten lang und los werdet und dass ihr am steilenden Ziel in der Arme einkommt und dass ihr gestartet auf den Boden macht.